Dr. Martin Merck, Master of Science der Implantologie, führt in seiner Praxis in Bad Nauheim täglich Implantationen durch. Die Implantologie mit und ohne Knochenaufbau ist sein Spezialgebiet. Ein Implantat wird anstelle der Zahnwurzel im Kiefer eingepflanzt und verwächst dort mit dem Kieferknochen. Darauf wird entweder ein neuer Zahn befestigt, eine Brücke oder eine komplette Prothese. Dr. Martin Merck arbeitet mit Mini-Implantaten von Bicon, metallfreien Implantaten von Swiss Dental Solutions und Titan-Implantaten von Chemlock. Seit 1985 klinisch erprobt sind die Mini-Implantate von Bicon, die aus Titan bestehen. Ein großer Vorteil ist, dass bei der Implantation der aufwendige Knochenaufbau wegfällt. Das ist natürlich für den Patienten eine enorme Erleichterung, da die Behandlungsdauer und die Einheitszeit sehr viel kürzer sind. Die weißen Keramik-Implantate von Swiss Dental Solutions in Verbindung mit vollkeramischen Brücken und Kronen lassen sie wieder unbeschwert lachen. Die Farbe der Keramik-Implantate entspricht der Farbe der eigenen Zähne. Das ist natürlich ein großer Vorteil, denn es gibt keine grauen Kronenränder mehr am Zahnfleischsaum. Keramik-Implantate sind außerdem zu 100% verträglich, daher sind sie bei Patienten mit Metallunverträglichkeit erste Wahl. Eine seit vielen Jahren bewährte Implantatlösung sind die Titan-Implantate von Chemlock. Wir verwenden rein Titan, das nicht nur sehr schnell einheilt, sondern auch sehr stabil und langlebig ist. Vor dem Eingriff wird eine detaillierte 3D-Aufnahme des gesamten Kiefers gemacht. So bekommen wir wichtige Informationen über den Verlauf von Nerven und anderen gefährdeten Strukturen und über die Knochenqualität, um möglicherweise erforderlichen Knochenaufbau abzuklären. Dank der genauen Aufnahmen und der anschließenden Planung am Computer und im Labor kann vorhergesehen werden, wie aufwendig ein geplanter Eingriff wird. In der Regel ist eine Operation ohne Schnitte möglich. Falls die Gegebenheiten nicht vorhanden sind, erfolgen nur sehr kleine Schnitte, da vorher bereits genau feststeht, wo die Implantate gesetzt werden. Das hauseigene Labor Dent-Design mit Zahntechniker Peter Smohl hat wie Dr. Martin Merck jahrelange Erfahrung mit Implantaten und Zahnersatz. Dr. Merck und ich können uns dank kurzer Wege im Haus optimal abstimmen. Auf Grundlage der Computerbilder werden individuelle Schablonen des Patienten angefertigt. Ich kann zum Beispiel bei der Anfertigung die Wünsche in Bezug auf Position des Zahnes genau berücksichtigen. Ein weiterer Vorteil ist, dass aufgrund der vorherigen Herstellung eine sofortige Implantatversorgung möglich ist. Im Zentrum für ästhetische Zahnheilkunde erfahren Sie eine individuelle Implantatbehandlung. Gerne informieren wir Sie zu den einzelnen Implantatsystemen in einem persönlichen Gespräch in unserer Praxis in Bad Nauheim.